Welche Aktien bieten Chancen und welche Aktien dürften 2024 positiv überraschen? Diese Fragen beantwortet heute Dr. Hendrik Leber. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Dr. Hendrik Leber bei mir zu Gast. Dr. Leber ist eine der ganz großen Börsenlegenden hier in Deutschland, wirklich einer der renommiertesten Fondsmanager und aus meiner Sicht einer der interessantesten und vielseitigsten Investoren. Denn Dr. Leber hat immer sehr, sehr stark die Nase am Wind, wo tut sich etwas Neues auf. Also er identifiziert immer sehr, sehr früh neue Trends, neue disruptive Entwicklungen, neue Branchen, neue interessante Aktien auch. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend, da etwas aus seinem Know-how sozusagen für mich persönlich und natürlich auch für euch dann rauszuziehen und abzusaugen. Und das bedeutet, wir werden heute gar nicht über die großen Marktzyklen sprechen. Wir werden das ganze Makro-Thema heute ausklammern und sprechen ganz konkret über einzelne Werte, über einzelne Sektoren, über einzelne Regionen. Mit dabei sind Halbleiter-Aktien, Japan-Aktien, China-Aktien, Wasserstoff-Aktien, deutsche Aktien, US-Tech-Werte, Krypto und vieles mehr. Also das heißt, wir machen heute wirklich einen wilden Parforce-Ritt durch sämtliche spannende Anlagethemen, die es aktuell gibt. Und wie da die Einschätzung von Dr. Leber ist, das finden wir auf jeden Fall gleich heraus. Und ich würde sagen, wenn das Themen sind, die euch interessieren, dann lasst mir doch unbedingt ein Abo da, auch gerne einen Like, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Glocke aktivieren natürlich, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und jetzt rein ins Gespräch mit Dr. Hendrik Leber. Hallo Herr Leber, schön, dass Sie da sind. Darabautsus, hallo. Herr Leber, ich würde Ihnen jetzt fünf Stichworte zurufen und Sie bitten, kurz, knackig, assoziativ zu antworten, okay? Gut. Das erste Stichwort ist Bullenmarkt 2024. Sehr gut vorstellbar. Zweites Stichwort, Japan-Aktien. Schon ein bisschen gelaufen, aber immer noch die Insel der Glückseligen. Okay. Dann Bitcoin. Hat noch viel Luft nach oben. Der Halbleiter-Sektor. Wird uns über Jahrzehnte noch begleiten. Und China-Aktien. Der Überraschungssieger für 2024, Turnaround in China. Ja, perfekt, wunderbar. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich würde jetzt erstmal mit Bitcoin anfangen, Herr Leber. Also ich weiß, dass Sie sehr, sehr früh positioniert waren. Also schon in den 10er Jahren, ich glaube als einer der ersten Fondsmanager überhaupt, auch hier in Deutschland, haben Sie sich herangetraut an dieses Thema. Und halten Sie in diesem Jahr 2024 eigentlich ein neues All-Time-High für Bitcoin für realistisch? Ja, das halte ich für durchaus realistisch. Nun weiß ich natürlich nicht, wann welcher Kurs wo anzieht. Aber von der Richtung her stimmt es. Aus Bitcoin ist von einem Schmuddelkind ein etabliertes Mitglied der Gesellschaft geworden. Also über diese ETFs, die jetzt wirklich zugelassen worden sind. Und die Marktteilnehmer, die unseriös waren, die sitzen teilweise im Gefängnis. Also der ganze Markt wird seriöser und die Logik für Bitcoin ist ungebrochen. Das spricht dafür, dass Bitcoin noch Luft nach oben hat. Wir haben ja die mengenmäßige Begrenzung nach oben. Wir haben die Notwendigkeit für Bitcoin als Goldersatz. Und all das spricht dafür, dass wir noch einen guten Lauf haben könnten. Und zwar nicht nur für dieses Jahr. Das ist so ein bisschen kurzatmig. Für die nächsten fünf, zehn, 15 Jahre wahrscheinlich. Also da gibt es ja mittlerweile auch irre Kursziele. Also zum Beispiel Cathie Wood aus den USA ruft da ja siebenstellige Kursziele mittlerweile aus. Auch natürlich für so einen langen Horizont bis 2030. Aber halten Sie so etwas für kontraproduktiv, weil es halt so FOMO erzeugt? Oder ist das wirklich valide? Ach, so eine hohe Zeit in die Luft zu werfen, das ist ja unverbindlich. Das kann jeder machen. Dann passieren Dinge, mit denen man nicht rechnet. Ich meine, wir sind auf einem Spielfeld, wo die Regeln sich ja dauernd ändern. Also wenn Sie mal überlegen, beim Schachspielen habe ich feste Regeln seit anderthalb tausend Jahren ungefähr. Und beim Finanzmarkt ändern sich die Regeln alle zwei, drei Jahre. Und es kann gut sein, dass irgendein Regulator dann einschreitet, wenn die Kurse mal davonschießen. Also es ist eben nicht festgegeben, was wir hier haben. Ich halte immer die 100.000 für ein sinnvolles Ziel. Das habe ich vor Ewigkeiten schon gesagt, als Bitcoin noch irgendwie im einstelligen Bereich war. Warum sollte es nicht im 100.000er Bereich liegen? Das ist für mich so ein Ziel, das in den nächsten paar Jahren, nicht auf alle Fälle, aber plausibel erreichbar scheint. Was halten Sie denn eigentlich von Ethereum? Das ist eine ganz andere Story als bei Bitcoin. Ethereum scheint sich zu einem Werkzeug zu entwickeln, mit dem die Branche arbeiten kann, die mit Blockchain arbeitet. Also wir brauchen ja eine Blockchain für manche Transaktionen. Ein Gesprächspartner von mir macht zum Beispiel Private Equity Verbriefung auf der Blockchain. Das ist absolut sinnvoll, dass man diese illiquiden Dinger plötzlich handelbar macht. Und dafür sind Werkzeuge wie Ethereum sehr wichtig. Ethereum scheint ein seriöser Spieler in dem Bereich zu sein. Also es hat mehr eine Funktion, als dass es ein Wertobjekt ist. Aber in dieser Funktion, glaube ich, hat es einen inneren Wert aus der Funktion heraus. Also nicht aus der Knappheit, sondern aus der Funktion heraus. Darum bin ich persönlich bei Ethereum und bei Bitcoin investiert. Stärker allerdings noch bei Bitcoin als bei Ethereum. Redaktion 3 zu 1 etwa. Es gibt einen unglaublichen Zoo an neuen Werkzeugen im ganzen Kryptobereich. Das ist die Frage der selbst regelnden Handelsplattformen. Meiner Ansicht nach ist ja noch unglaublich viel, was sich entwickeln könnte, was heute unter der Oberfläche liegt. Wovon ich wenig halte, sind die ganzen NFTs. Das sind ziemliche Schmarren, diese ganzen Kunstwerke. Da gibt es einen Nutzen, aber das ist relativ klein. Also Ethereum und Bitcoin sind meine großen Positionen, die ich habe. Ja, darf ich Ihnen vielleicht noch eine weitere Position entlocken, die Sie eventuell schon haben oder wo Sie liebäugeln im Kryptosektor? Ach so, Cardano und Solana und Polkadot. Das sind so Positionen, wo ich selber keine klare Meinung habe, wo ich aber weiß, dass sie in der Szene zu den wertvolleren Kryptowährungen gehören. Aber die fasse ich auch nicht an. Die kaufe ich einmal und lasse sie liegen. Manche entwickeln sich, manche entwickeln sich nicht. Aber das sind auch Positionen, die mache ich. Das kann ich im Publikumsbereich keinem Investor zumuten. Das mache ich privat in so einem kleinen Nebenkesselchen. Ich muss gucken, dass ich mit meinen Fonds Sachen mache, die gesellschaftsfähig sind und mit denen jeder leben könnte. Also der Kryptosektor ist ja nicht nur auf der Kryptoseite interessant. Es gibt ja auch den einen oder anderen Aktienwert, den man sich dazu anschauen könnte. Ist das dann etwas, wo Sie sagen, ja gut, also das würde theoretisch dann auch besser passen, zum Beispiel zu den Fonds? Ja, es gibt da einiges. Also was mein Kollege Ulrich Rathmann gerne einsetzt, ist die Micro-Strategy, deren größer Vermögenswert die Bitcoin-Position ist. Also wenn man sagt, ich will da nicht direkt rein, dann kann man das über die Micro-Strategy gut spielen. Ich empfehle nur jedem, einfach ein Konto selber aufzumachen. Also man muss es lernen. Man muss lernen, damit umzugehen, sich diese Zugangsplattformen anzuschauen. Also ich habe selber die Kraken und die Coinbase als persönliche Zugangsplattform, nicht für die Fonds, aber für mich privat. Und ganz nett war mein Gespräch, das ich noch am Wochenende hatte mit einem Nachbarn, der sagte, ich habe das dann auch mal ausprobiert und mal so ganz still und heimlich mal so 1.000 Euro reingetan. Und dann haben wir bei 5.000 dann den ersten Verkauf gemacht und dann ist es weiter gestiegen. Und das muss man mal miterlebt haben, auch die negativen Erfahrungen, wenn das mal eine Zeit lang runtergeht, auch wie die ganze Identifizierung ist der Marktteilnehmer mit dem, was weiß ich, Wohnsitzbescheinigung, Stromrechnung. Diesen ganzen Zirkus muss man einmal erlebt haben, dann auch mal konvertieren von der einen Währung in die anderen und wieder zurück. Wie sieht denn das eigentlich aus? Dann die Steuererklärung, die man ja auch abgeben muss. Das einfach praktisch durchzumachen, würde ich empfehlen für jeden, um einfach vertraut zu werden. Und da kann man immer noch sagen, mir gefällt es nicht oder mir gefällt es doch. Kommen wir mal zu einem anderen Sektor, dem Halbleitersektor. Da sind ja viele Werte schon extrem gut gelaufen. Sehen Sie da eigentlich weiteres Potenzial für die Branche oder ist da jetzt so ein bisschen gläserne Decke? Na, ich sehe da überhaupt keine gläserne Decke. Meiner Ansicht nach wird die IT über Jahrzehnte uns prägen. Und zwar, ich meine, egal wo ich hinschaue, egal in welchem Thema und so trivial es ist, ob das die Auswahl der Transferspieler beim Fußballklub ist oder ob das die Wettervorhersage ist, überall haben wir Themen von Massendatenverarbeitung und künstlicher Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz wird unser Leben beherrschen. Wahrscheinlich beherrschen. Und für die künstliche Intelligenz brauche ich unglaublich viele Daten und ich brauche unglaublich viele Computerchips, die hohe Leistung bringen. Und der Trend und der Druck nimmt immer weiter zu. Aber auch in trivialeren Bereichen, beim Auto. Da denkt man, wo ist denn hier Computer? In jedem Auto sind weit über 100 Sensoren drin und Computerchips. Ich sage es deswegen, weil ich selber ein paar Investitionen habe in dem Bereich. In einer belgischen Firma, die hat, glaube ich, 8% hält die an den... Also in jedem Auto sind 8% der Computerchips im Schnitt von denen. Und dann ist die einfache Frage, nimmt die Zahl weiter zu? Ja, die Zahl der Computerchips nimmt von Jahr zu Jahr zu. Und diese Firma hält ihren Markt an, wächst automatisch damit, damit, dass wir mehr und mehr Halbleiter einsetzen. Ob das kleine Sensoren sind, ob das der Fensterheber ist, was auch immer. Überall ist Mikroelektronik dabei. In diesen Trivialbereichen und den Hochkomplexen schauen Sie sich die Kriegsführung an. Der Krieg in der Ukraine, das ist ein Drohnenkrieg, der da im Moment stattfindet, wo kluge Drohnen Kriegsentscheidungen treffen. Also überall, wo ich hinschaue, habe ich den Trend, er wird uns nicht verlassen. Das klingt aber spannend, also dieser belgische Wert, also nach so einem Infineon-Konkurrent. Oder ist das überhaupt nicht dasselbe Spielfeld, in dem die aktiv sind? Nein, das ist exakt das gleiche Spielfeld. Darf ich Ihren Namen nennen? Ich weiß gar nicht, wie Sie das hier antragen. Ja, natürlich. Gerne, gerne. Weil das ist ein Titel, wenn ich darüber spreche, dann, weil ich sie auch irgendwo schon habe und investiert habe. Und da gibt es zwei belgische Firmen, die sozusagen Geschwister sind, Börsengeschwister. Das eine ist die recht kleine Firma Melexis, die Sensoren baut fürs Auto. Und ihr Hauptproduzent und Wettbewerber, aber auch Kooperationspartner ist die X-Fab. Und die machen eben Computerchips auf der Basis von Silizium-Kabit. Wenn Sie mal überlegen, ich habe hier so ein Fotoapparat hier neben mir liegen. Das sind feine Chips, ich sage mal, klein, leistungsfähig, die kommen mit Batteriestrom aus. Im Auto habe ich aber ganz andere Spannungszahlen. Da habe ich eben 48 Volt oder 800 Volt Netze. Und die muss ich ja genauso steuern. Da brennt mir so ein kleiner Minichip, der brennt mir durch. Und jetzt bei so einem kleinen Wecker, der ist jetzt nach 20 Jahren irgendwie kaputt gegangen anscheinend. Da habe ich kein Problem damit. Wenn ein kleines Elektronikteil nach ein paar Jahren kaputt geht, ist es eben so. Beim Auto muss das halten. Angenommen, wir hatten 100 Chips im Auto und jeder 30. fällt aus innerhalb der 10 Jahre. Da habe ich drei Ausfälle in den nächsten 10 Jahren. Und das akzeptiere ich nicht. So ein Ding muss halten. Und es gibt Firmen, die machen eben nicht die ganz sexy Chips, super fein, sondern etwas gröbere, die aber höhere Ströme aushalten. Und das ist eine Firma wie Xfab, die aber ähnlich wie die Infineon das gleiche Marktsigment am Ende bedient. Dann gibt es ja noch weitere ganz große Player. Wenn ich Ihnen da jetzt mal zwei Namen zurufen darf. Einmal die Applied Materials und dann einmal die ASML. Sind das so Werte, mit denen Sie sich auch intensiver beschäftigen? Oh ja. Ja, die Sie auch haben? Ja, unbedingt. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Wir sehen ja, also ich meine, wir sehen ja Nvidia und wir sehen Intel und wir sehen AMD. Aber dahinter, wenn ich mir mal angucke, die leben ja davon, dass andere ihnen die Tipps bauen. Und die großen Chip-Produzenten neben der Samsung ist es im Wesentlichen, die TSMC auf Taiwan. So eine Fabrik kostet, ich sage mal, 10 Milliarden. Das ist viel Geld. Und irgendjemand beliefert die. Da habe ich zum einen natürlich eine Firma wie ASML, die die Belichtungsgeräte dafür macht und der auch Monopolist ist. Aber ich habe Dutzende anderer Firmen, die ähnliche Aufgaben machen. Der Tipp muss ja eingerichtet werden. Klar, dann wird er belichtet. Dann wird er geätzt und beschichtet und gereinigt und bewässert und alles Mögliche. Bis der Tipp rauskommt, sind da viele Lieferanten dabei, die alle genau die gleichen Mengen produzieren, wie es die TSMC machen. Das sind alle Zulieferer von exakt dem gleichen Ökosystem. Und da haben wir die Applied Materials, die großartig ist. Da geht es ja auch aktuell um die mehrstufigen Chip-Aufbauten, dass man also nicht nur in der Ebene liegt, sondern auch im 3D-Bereich die Schichten miteinander vernetzt. Ganz großes Thema. Es gibt andere Firmen, die wir auch haben, wie die LEM Research. Die ätzen und machen die verschiedenen Zwischenschichten, also Bearbeitungsschritte zwischendurch. Und Firmen wie die Disco Corporation, die machen dann eben auch die Scheiben. Es gibt etwa acht bis zehn wesentliche Zulieferer. Applied Materials ist eine großartige Firma, aber in der Mengenverarbeitung sind sie auch nicht besser als die anderen. Es sind exakt gleichen Chips, die durch deren Anlagen durchlaufen. Also ich bin da indifferent und suche eher die günstigeren Aktien. Ja, okay, verstehe ich. Die Disco, das ist ja interessant. Das ist nämlich so ein, meine ich, japanischer Wert. Also aus Japan kommen die, glaube ich, 27 Milliarden Wert. Das mag sein. Ich kenne sie nur von der Halbleitermesse in Tokio. Also ich muss das mal erzählen, weil ich kannte die vorher auch nicht. Und ich war auf einer Konferenz, die Nomura da in Tokio organisiert hatte. Und an dem Freitag gingen wir auf die Halbleitermesse, die in Tokio waren. So, ich stelle mich vor, ich glaube, ich war einer der beiden Weißen. Es gab noch einen anderen Westler, der dabei war. Das Ganze auf Japanisch und dann mit Übersetzer und Kopfhörer und so. Wir gingen dann von Stand zu Stand und wir kamen an die Disco Corporation. Nicht, dass da irgendwie was passierte, sondern ich habe dann diese praktisch durchsichtigen Siliziumscheiben gesehen, habe die mikroskopischen Aufnahmen gesehen mit dem Raster-Elektronen-Mikroskop, wie fein die Oberfläche ist. Ich habe gedacht, was ist das für eine Firma? Was machen die da? Und was mich dabei auch beeindruckt hatte, war die unglaubliche Präzision dieser japanischen Halbleiter-Zulieferer. Und da kam eben meine allererste Begeisterung für die Disco Corporation her. Ich habe auch die anderen gesehen und habe gedacht, ohne diese japanischen Zulieferer geht es nicht. Also im Grunde haben wir drei große Blöcke. Das ist Japan, wir haben die Amerikaner mit Applied Materials oder KLA Tencore. Wir haben dann den als drittesten Europäer-Block. Da gehört eine ISML, ISMI auch dazu. Und da sind wiederum dann deutsche Zulieferanten dahinter. Nur diese Länder können die Qualität liefern, die man da braucht. Ich springe mal rüber in so einen anderen Sektor, bei dem Sie, glaube ich, auch recht bullisch positioniert sind. Das ist nämlich das Thema Wasserstoff. Da gab es vor ein paar Jahren mal einen unglaublichen Hype und die Aktien sind unglaublich gerannt. Ob das jetzt alles so fundamental gerechtfertigt war, großes Fragezeichen dran. Aber warum sind Sie eigentlich auch perspektivisch noch so bullisch für den Wasserstoffbereich? Ja, weil manche Branchen ohne Wasserstoff nicht grün werden können, rein technologisch gesehen. Ja, Wasserstoff ergibt natürlich viel Fantasie und jeder stellt sich vor so ein Wasserstoffauto. Ich weiß noch, in den 90er Jahren hatte BMW mal eins und das ist dann wieder eingeschlafen und alles schwierig. Aber jetzt gucken wir uns mal an, Wasserstoff ist zum einen ein Energiespeicher, allerdings, glaube ich, nicht fürs Auto, sondern eher für Schiffe oder vielleicht für Flugzeuge oder für Busse. Nicht für das kleine Auto, da lohnt sich das nicht. Aber ich kann Wasserstoff in Form von Ammoniak speichern und über die Ozeane transportieren. Wir wissen ja alle, dass dieser Stickstoffdünger eben mithilfe von Energie hergestellt wird. Und mit der Wasserstofftechnologie kann ich eben diesen Dünger und damit auch den Energiespeicher produzieren. Das ist so ein Nebenaspekt von dem Wasserstoff, aber ein sehr wichtiger, die Speicherbarkeit und die Nutzbarkeit als Dünger. Aber die Branchen, über die ich nachdenke, sind zum Beispiel die Stahlindustrie, auch die Aluminiumindustrie. Das lernt man ja auch erst im Laufe der Zeit. Aber dann lese ich da mal einem unserer Firmen bei der Fortescue über die Mengen, die sie aus dem Boden holen an Eisenerz. Und dann wird mir irgendwie klar, die holen Rost aus dem Boden heraus. Die holen kein glitzerndes Eisenerz, sondern braunen oder grünen Rost aus dem Boden. Der ist deswegen rostig, weil der Sauerstoff dran liegt an dem Eisenerz. Damit ich mit dem Eisenerz weiter arbeiten kann, muss ich den Sauerstoff rausholen, fast auf Null runter. Und das mache ich heute mit Koksgas irgendwo, das gibt dann eben CO2 ab. Ich kann es aber auch mit Wasserstoff machen, weil Wasserstoff sich mit dem Sauerstoff verbindet zu H2O. Das kennen wir ja alle. Darum ist Wasserstoff meiner Ansicht nach zum Beispiel für die Stahlindustrie unerlässlich, um die modernen grünen Stähle herzustellen. Das kann ich mit den klassischen Verfahren nicht. Und allein das reicht schon aus, um die Wasserstoffwirtschaft zu rechtfertigen. Ähnliches gilt auch für die Aluminiumindustrie, vielleicht auch für die Zementindustrie. Überall da, wo wir heute CO2 in die Luft lassen, könnte man auch Wasser produzieren mit dem Wasserstoff. Und wer sind da Ihre Favoriten in diesem Sektor? Ja, in der Elektrolyse. Das ist ja der Bereich, wo ich mit Strom und Wasser Wasserstoff produziere. Habe ich einen Favoriten in England, die ITM Power. Wir haben die Bloom Energy im Portfolio. Und wir haben natürlich die Fordescue Metals. Jetzt ist das ganz interessant. Und die haben ja einen riesen Abschluss erlebt. Also ich habe vor Jahren analysiert, was für Projekte gibt es überall. Und da gibt es die EU, die macht da ein Projekt über 2 Megawatt, eins über 5 Megawatt und eins über 10 Megawatt. Und da sprechen Firmen wie Fordescue Metals über 100 Megawatt, 500 Megawatt. Also bei 500 Megawatt bin ich ja schon in der klassischen Kraftwerksgröße. Also das sind richtige Dimensionen da. Und dann schaut man hin, da gibt es einige Firmen, die treten da an, wie die Nell und Asa da und so. Und dann die Frage ist, wer von den vielen Neuen, die da an den Markt kommen, setzt sich eigentlich durch und wer nicht. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das ist ein Lernprozess, den ich auch durchmache. Manche Firmen sind toll im Prototypen bauen, aber die schaffen es nicht, Industrieanlagen hinzustellen. Das Ding muss ja auch dann laufen über ein paar Jahre. Das ist ja nicht nur eine Demoanlage, die ich mal eine Woche laufen lasse. Da braucht man eine ganze Infrastruktur dazu. Das darf nicht degradieren, also schlechter werden im Laufe der Zeit. Und diese industriellen Qualitäten können nicht mehr alle. Und darum bin ich da stark bei der ITM-Power engagiert. Wir haben die letztes Jahr besucht, in Sheffield ist das, glaube ich. Und wir hatten das Gefühl, da stimmt alles. Da ist ein deutscher Chef an der Spitze, der weiß, wovon er redet. Da sind Ingenieure, die können harte Sachen produzieren in einer großen Fabrikhalle und nicht nur in einer Bastelbude. Da habe ich einen Mitanteilseigner in der Form von Linde und ich habe einen großen Kunden in der Form von Linde. Und da denke ich mir, es bilden sich Koalitionen, Allianzen raus zwischen den großen Gasanbietern und den Produzenten der Elektrolyseanlagen. Und darum ist eben die ITM-Power für mich ein Referenzfall. Anderer Fall ist die Ford des Q-Metals, und das ist auch wirklich interessant in Australien. Die sagen, was wollt ihr denn? Wir haben doch genug Licht, wir haben genügend Energie in Australien. Lasst uns doch den Wasserstoff für euch produzieren. Und da ist es wirklich spannend. Die haben ihre Projekte ausgeschrieben, große Projekte, und man merkt irgendwie, die kommen nicht zustande. Und dann gucke ich genauer hin und sehe, dass die Ford des Q fünf verschiedene eigene Projekte aufgesetzt hat, etwas kleiner, 50 Megawatt, wo ich denke, die machen das jetzt selber. Die gehen nicht mehr auf externe Anbieter, sondern versuchen selber, die Technologie im eigenen Haus zu entwickeln, weil sie einfach wahrscheinlich Komplexität rausnehmen möchten. Und das wird für mich einer der großen Wasserstoffanbieter in den nächsten Jahren werden. Das sind so drei Spieler, die ich als Favoriten ansehe. Dann gibt es ja noch die Gegenrichtung, aus dem Wasserstoff wieder Strom zu machen. Also die Brennstoffzelle, das ist einfach die rückwärtsgerichtete Reaktion. Und da kennen Sie meinen Favoriten, die SFC Energy aus Brunntal. Ein unentdecktes Juwel, einer der großen Anbieter von mobilen Brennstoffzellen. Und kein Mensch kennt sie. Ja, das ist schade. Profitativ wachsen, stetig wachsen immer weiter. Und kein Mensch kennt diese Firma. Ja, zumindest ein paar Zuschauer von meinem Kanal kennen sie. Also einerseits von unserem ersten Interview. Andererseits, weil ich selber nochmal auch was über die gemacht habe, weil ich nämlich auch eine Position aufgebaut habe in diesem Wert. Und es ist ja so, Sie haben es schon angesprochen, also die wachsen und die wachsen auch profitabel. Also die schreiben de facto ja schon Gewinne. Und kommen jetzt aber trotzdem noch nicht so richtig aus dem Quark, sage ich jetzt einfach mal salopp. Und das Ding ist, worauf ich hinaus will. Also ich bin positiv gestimmt, Sie sind positiv gestimmt. Und da ist es ja auch manchmal ganz gut, wenn man vielleicht auch nochmal die Gegenposition einnimmt. Und da stelle ich jetzt auch mal eine ganz konkrete Frage. Könnte das nicht sein, dass halt gerade die Wasserstoffwirtschaft jetzt auch in den letzten ein oder zwei Jahren vielleicht doch mal durch diesen Inflation Reduction Act so eine Art kleine Sonderkonjunktur erfahren hat? Ja, aber das gilt nicht für die SFC Energy. Ich sehe es an anderer Stelle. Also die Amerikaner investieren gut. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wenn ich den Namen jetzt erwähne, der ist so illiquide. Ganz winzige kleine Firma, die machen die Entgasung von Müllkippen. Es gibt ja über 10.000 Müllkippen auf der Welt. Und ich möchte den Namen nicht nennen, weil der ist wirklich zu klein. Ja, vollstes Verständnis. Aber die letzten Aufträge, die letzten sechs großen Aufträge kamen alle aus den USA, weil die Amerikaner, die können rechnen. Die wissen, dass sich sowas lohnt. Die haben ein International Reduction Act mit ihren Abschreibungen. Und ich sehe, dass da viel mehr investiert wird, als wir so glauben. Wir denken immer, die Grünen, das sind die Europäer. Die Amerikaner machen dann, wenn sich das rechnet. Und darum ist da ein Boom. Der Boom aber bei SFC Energy, den die haben, der liegt aber ganz woanders. Es ist einfach, die haben Anwendungen, die große Stückzahlen ermöglichen. Hauptkunden sind zum Beispiel die Supermärkte bei der Überwachung der Parkplätze oder Baustellen bei der Überwachung der Bauplätze. Wenn Sie sich mal vorstellen, da haben Sie einen Bauplatz und der ist vielleicht eingezäunt, aber da stehen teure Geräte rum. Manchmal sind die am nächsten Tag nicht mehr da. Wenn ich da eine Tag- und Nachtüberwachung habe, die durch eine Brennstoffszelle unterbrechungsfrei versorgt wird, dann habe ich da einen Marken. Wenn ich eine Baustelle ausgerüstet habe, ist es überhaupt kein Thema, 100 oder 1.000 Baustellen auszurüsten. Und da kommen jetzt die großen Aufträge her. Anderes Thema, wo man noch viel machen könnte, die Überwachung von Gaspipelines, was mir auch nicht so klar war, aber wenn so ein Pipeline durch Alaska durchführt, wenn da irgendwie Überdruck drauf ist, dann wird das Gas einfach in die Atmosphäre abgelassen. Macht es und weg ist es. Das zu überwachen, dafür könnte man sehr gut Brennstoffszellen einsetzen und allein die Ersparnis an, also neben den Umweltschäden, allein die Ersparnis an Gas durch eine Überwachung irgendwo im ewigen Eis da oben, na ewig ist es nicht, aber im Eis da oben, das ist ein Einsatzgebiet, ach, Grenzüberwachung an der indischen Grenze, Tsunamiüberwachung, wo eben monatelang so eine Boje da produzieren muss, das sind alles Themengebiete für die SFC Energy, wo ich denke, da ist keine Grenze des Wachstums zu sehen. Okay, dann komme ich jetzt nochmal auf Werte zu sprechen, wo Sie jetzt definitiv keine Sorgen haben müssen, dass die zu illiquide sind. Denn es geht jetzt zunächst einmal um die Alphabet, auch großer Standardwert, den werden wahrscheinlich auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer im Portfolio haben. Ist das aus Ihrer Sicht so ein Wert in puncto KI, der im Vergleich zu Nvidia oder zu Microsoft vielleicht so ein bisschen, naja, noch nicht dieses KI-Standing hat, was möglicherweise verdient, ganz offen, die Frage? Ja, und das ist meiner Ansicht ja komplett eine Fehlinterpretation. Also man kann schauen, wo kommt eigentlich das Research her? Und es gibt eine Website, die heißt axiv.com oder was auch immer, da gibt es eine Unterbeste, die heißt Sanity Preserver, wo alle neuen AI-Papers kommen. Und da muss man gucken, wo kommen die her, aus welchem Stall kommen die? Kommen die aus China, kommen die aus Frankreich? Nein, sie kommen eben von Alphabet und sie kommen von Microsoft. Sie kommen nicht von Apple, sie kommen zum Teil aus China, von Baidu. Und da sieht man einfach, wo die Forschungsschwerpunkte sitzen. Sie kennen alle das Thema TensorFlow, das war vor Jahren mal aktuell. Also populär, wollte ich sagen. Das kommt natürlich aus dem Stall Alphabet. Warum wir in unserer oberflächlichen Wahrnehmung glauben, dass Alphabet da hinten rein hängt, ist, weil die sich einfach etwas mehr Zeit gelassen haben mit der Publikation ihrer Ergebnisse. Die sind nicht schlechter als Microsoft, sind nur etwas weniger aggressiv gewesen oder haben den Wettbewerb schwächer eingeschätzt, als er nachher gekommen ist. Meiner Ansicht nach gehören sie zur absoluten Speerspitze in der AI-Forschung. Das Problem, das die haben, ist, Microsoft hat seine Kunden sozusagen per Abonnement festgeklemmt oder an Handschellen. Und bei Alphabet muss man die Aufmerksamkeit jeden Tag neu verdienen. Das ist anstrengend. Ich sehe mal selber mein eigenes Verhalten. Gehe ich jetzt zu Bing rüber oder gehe ich, sagt der Perplexity, ist eine neue Website, oder gehe ich zu Google. Und es ist wesentlich schwieriger, jeden Tag sich das neu zu verdienen, als wenn man die abbezahlende Abonnementskunden hat. Meiner Ansicht nach sind sie technologisch exakt auf dem gleichen Stand wie die Microsoft und von daher sind sie mir auch gleich lieb. Dann noch so ein Titel, den Sie auch definitiv in einem der Fonds im Depot haben. Ich meine, das wäre bei dem US-Equity der Fall, und zwar die Adobe. Könnte die Adobe auch so ein KI-Gewinner werden? Oder wie sehen Sie das? Ja, also Adobe ist es auf alle Fälle schon. Und die Adobe-Aktien haben wir seit vielen, vielen Jahren. Ich meine, das ist eine Wunderkiste. Ich habe die schon in den Nullerjahren gehabt, weil ich dachte, Adobe ist einer der ganz wenigen Bereiche auf der Welt, wo ich nicht in der Microsoft-Welt drin bin. Also Adobe agiert ja vollkommen losgelöst von dem ganzen Microsoft-Umfeld, und das war eine Rarität damals. Klar, wir haben noch Apple, ist ja auch ein Monolith in gewisser Weise, während hingegen Firmen wie Microsoft und Google sich ja auch gegenseitig dann die Bälle zuspielen, also praktisch an einem Ökosystem drin sind. Und die Adobe ist da komplett separat. Das fand ich bemerkenswert. Dummerweise, sie wächst und wächst, wird teurer und teurer und teurer. Was ich spannend finde, ist, wir leben ja in einer zunehmenden audiovisuellen Welt. Also ich bin noch alte Generation, ich liebe es, eine Zeitung aufzumachen und durchzublättern. Aber de facto schaue ich mir dann doch die Zeitung lieber auf dem iPad an, weil es bequemer ist. Und dieses Aufbreiten von Informationen macht Adobe extrem gut, das in eine Werbekampagne zu verwandeln, über die Plattformen hinweg. Und dann noch mit dem KI-Werkzeug. Das ist eine Traumkombination. Und da macht Ihnen auch keiner den Platz streitig. Es gibt immer mal wieder neue Anbieter, die dann eine Bildbearbeitung, irgendwelche schicke Sachen haben. Aber am Ende ist Adobe der Bereich, wo die Profis arbeiten. Und darum, glaube ich, noch viele, viele gute Jahre stehen bevor für Adobe. Okay. Dann springen wir jetzt mal geografisch ein klein wenig. Wir haben eingangs schon über China-Aktien gesprochen. Zumindest habe ich Ihnen das Stichwort zugerufen. Und da ist es so, ich baue mir gerade eine Position JD.com auf. Und ist das für Sie etwas Nachvollziehbares? Oder sagen Sie, das ist Finger weg irre? Nee, das ist durchaus sehr vernünftig. Ich möchte Ihnen jetzt keinen speziellen China-Tipp abgeben. Was wir nur beobachten, ist, dass, ich sage mal, Zwillinge, der eine mit asiatischem Aussehen, der andere mit amerikanischem Aussehen, die genau das Gleiche machen, ähnliche Kundenzahlen haben, ähnliche Erfolgszahlen haben, in Amerika viermal so teuer sind oder fünfmal so teuer sind wie in China. Die Welt hat den absoluten Spaß an China verloren. Kurs-Gewinn-Verhältnisse von acht oder zehn. Und die Produkte und die Ertragskraft dieser Firmen ist genauso stark wie die von Firmen, die wir in Amerika kennen, unter den Stichworten Alphabet und Microsoft oder Amazon. Also, drei Jahre lang hintereinander haben wir gelitten unter dem China-Abwärtstrend. Meiner Ansicht nach muss das irgendwann mal ein Ende haben. Die Firmen sind stark, sie sind ökonomisch sehr profitabel, schütten auch Dividenden aus. Und darum glaube ich, wir sollten einfach mal die Perspektive drehen und sagen, warum sollte China so billig sein? Meiner Ansicht nach nicht eine Chance für eine deutliche Kursverbesserung. Und ob das die JD.com ist oder wir haben die Baidu neulich gekauft, eben wegen der künstlichen Intelligenz, weil die da auch wirklich gut sind mit Ernie. Darum, man sollte wieder China ins Portfolio reintun. Aber warum macht China so wenig? Also de facto ist das so, das Wachstum schwächt sich ab, sie haben Probleme auf dem Immobiliensektor und alle Welt schaut auf den Hang Seng und fragt sich, also das mutet ja, also das ist de facto ja ein fetter Bärenmarkt. Und warum machen die Chinesen nicht einfach fiskal und geldpolitisch viel mehr, um alles wieder anzukurbeln? Ja, das ist eine ganz interessante Frage zu der Frage des Gesellschaftssystems, die Sie da stellen. Auch für Deutschland auch relevant. Das eine ist ja, ich meine, China ist eine Diktatur, also Diktatur des Proletariats. Da kann man ja darüber streiten, ob man das gut findet oder nicht. Aber eine erklärte Diktatur, und es gibt auch da keine Wahlen, es gibt ja schon Volkskongresse, aber als einfacher Bürger habe ich da keine Mitspracherechte. Und ich erinnere mich noch an eine Firmenöffnung, an der ich teilnahm, vor etwa 15 Jahren. Da war auf der Bühne vorne, alles in rot festlich, da saß nicht nur der Bürgermeister des Ortes, sondern mit der Auto Nummer 1 vor dem Bürgermeister, der Vertreter der kommunistischen Partei am Ort. Auto Nummer 2 hatte der Bürgermeister. Das war schon bemerkenswert. So, und jetzt ist die Frage, jetzt kann ich natürlich sagen, in welchen Bereichen habe ich den Staat aktiv und wo hält er sich raus? Und was China seit Deng Xiaoping gemacht hat, war, dass der Staat sich aus der Wirtschaft raushält. Erstmal diese Freihandelszone in Shenzhen, wo man sagt, egal welche Farbe die Katze hat, hauptsache sie es wenkt Mäuse, und hat dann experimentiert und gesehen, dass man durchaus freien Markt zulassen kann und dennoch die gesellschaftlichen Konventionen und Regeln des Kommunismus aufrechterhalten. Ich glaube, man darf das sagen. Das ist, glaube ich, offiziell, ja, das heißt ja auch Kommunistische Partei Chinas. Das ist also keine Herabwürdigung, wenn ich das so sage. Und dann hat man die Wirtschaft laufen lassen und dann kam ein Herr Xi Jinping, der meiner Ansicht nach aus der, für mich aus der falschen Schule kommt, nämlich der Schule, dass der Staat doch bitte eingreifen sollte in wirtschaftliche Prozesse, um auch Normen zu setzen, um auch die Reichen nicht zu reich werden zu lassen. Und dieses Eingreifen ist immer stärker geworden und hat dann am Ende die Börse ziemlich zerstört. Würde der Staat sich zurückziehen aus der Steuerung der Wirtschaft und einfach sagen, wir wollen vielleicht das Verhalten der Bürger steuern, aber bitte, die Wirtschaft ist frei, würde der Westen auch wieder in den Kapitalmarkt zurückkommen. Dieses, ich greife mal da rein in die Wirtschaft, weil ich besser weiß, was gut für euch ist, ist, glaube ich, der große Fehler und das ist meiner Ansicht nach in dieser Hinsicht die falsche Denkschule, die an der Regierung ist. Mehr Liberalität in der Wirtschaft wäre gut. Es gibt ja noch andere Zwischenformen. Es gibt ja die Zwischenform, dass er stark die Investitionen lenkt, aber die Gütermärkte frei machen lässt. Also, ich steuere, was weiß ich, die Stahlwerke und die die Flughäfen und die Eisenbahnlinien, aber die den Online-Handel und die Produktion von täglichen Waren, die lasse ich frei und da hat der chinesische Staat einiges gemacht in der Infrastruktur, aber hat dann geglaubt, er muss dann auch in die kleinteiligere Wirtschaft eingreifen und das war ein Fehler. Wir erleben einfach, gerade auch jetzt mit der Pleite von Evergrande oder wie auch immer die sich aussprechen, dass dieses massive Eingreifen in die Infrastruktur zu Fehlinvestitionen führt und das ist eigentlich immer so. Wenn der Staat glaubt, etwas richtig zu machen, geht es im Regelfall schief und es gibt dann eben Bauruinen oder vielleicht Flugplatzruinen oder Eisenbahnruinen, weil der Staat nicht genau weiß, wo seine Grenzen liegen. Ja, das ist etwas, was man höchstwahrscheinlich auch sehr, sehr gut auf die Bundesrepublik Deutschland aktuell beziehen kann. Sehr, sehr betrüblich, was wir aktuell konjunkturell hier haben und auch die strukturellen Probleme, die sich hier auftürmen, die sind definitiv nicht von der Hand zu weisen, aber es gibt ja trotzdem noch und wir haben mit der SFC Energy ja schon über einen Player aus der zweiten, eher aus der dritten Reihe gesprochen. Gibt es aus Ihrer Sicht denn noch weitere Player hier in Deutschland am Aktienmarkt in der zweiten, dritten Reihe, die sehr interessant sein könnten? Ja, sie haben so eine ein bisschen doppeldeutige Frage gestellt. Das eine, im Bereich der Energie und Infrastruktur gibt es einige Firmen, die interessant sind, allerdings nicht unbedingt in Deutschland. Also ich denke gerade an die Prismian, eine Aktie, die ich sehr liebe aus Italien, die machen die Kabel. Also stellen Sie sich doch mal vor, immer wieder lese ich darüber, dass an der Nordsee die Windräder abgestellt werden, weil wir mit dem Strom nichts anfangen kommen. Er kommt nicht nach Süden durch, nach Bayern, wo er gebraucht wird. Da sind die Stromleitungen nicht da, die reichen nicht aus. Und so eine Firma Prismian, die baut dann eben diese Verbindungsleitungen, Südlink, Südostlink, Nordlink und die legen da diese Kabel unterirdisch. Wir wollen sie ja nicht mehr sehen, wir wollen sie einfach und im Boden haben und die haben Aufträge unbegrenzt. Also das ist so eine Geschichte, wo in Europa einige interessante Spieler sehr gut profitieren von diesen Infrastrukturausbauten, die wir da vor uns haben. In Deutschland sehe ich die interessanteren Aktien mehr in der zweiten Reihe als in der ersten Reihe. In der ersten Reihe sind doch einige sehr alte Firmen drin und auch eine SAP ist sozusagen im Vergleich auch schon eine alte Firma. Sind die 50 Jahre alt oder so? Das ist kein Newcomer mehr. 70er Jahre gegründet, glaube ich, ne? Ja, Ende 70er, würde ich sagen. Ja. Und dann haben wir diese Klone, diese ganzen Lieferdienste, die wir im Grunde aus Amerika importiert haben. Aber für mich so eine Carl Zeiss Meditec eine wahnsinnig gute Firma. Für mich ist eine Sartorius eine richtig gute Firma. Eine Biontech. Und in der Qualitätsklasse haben wir einiges an guten Mittelständern in Deutschland. Was wäre denn Ihr Geheimtipp für das Jahr 2024? Also ganz egal, ob das eine Einzelaktie, eine Region, ein Sektor ist. Wo würden Sie sagen, da sollte man jetzt nochmal drauf schauen für das Jahr 2024? Ja. Also was relativ einfach ist, würde ich mal sagen, der Gesundheitssektor. Das ist fast trivial. Wir erleben, dass die Firmen, die hochgepusht wurden während Corona wieder runtergekommen sind. manche dieser Firmen haben einfach Wachstumspfade von 8 bis 10 Prozent Wachstum pro Jahr. Jetzt habe ich so ein Überschießen, habe ein Unterschießen und ich würde sagen, der Gesundheitssektor sollte sich wieder auf diesen Pfad zurückkehren und ist teilweise viel zu billig. Also da würde ich mal sagen, in fünf Jahren werden wir mehr Gesundheitsausgaben haben und diese Firmen werden dabei sein. Also das wäre ein Sektor und eben das China-Thema auch. Es ist selten mal, dass man so einhellig ein Land verurteilt und das ist für mich immer eine Chance als konträre Investor. Das wären für mich die zwei großen Themen. Okay. Können Sie auch aus dem Gesundheitssektor vielleicht nochmal ein oder zwei Werte nennen, ganz konkret? Na gut, ich hatte eben die Sartorius mal erwähnt. Wir haben auch Kollegen und ich finde auch, dass wir diese Auftragshersteller, also die praktisch im Auftrag für andere Medikamente herstellen, hochinteressant sind. Da gehören in der Schweiz die Lonza dazu, die Siegfried, die Bachem, die machen eben Medikamente für andere, ohne dass wir das groß sehen. Hochkomplex und die machen das gut. Dann natürlich klassisch mal die Reaktoren für die ganzen Prozesse, für die biologischen Arzneimittel, da gehören natürlich die Sartorius dazu. In München die Formikon mit biologisch hergestellten Arzneimitteln, das braucht ein paar Jahre Zulassung und dann hat man das und hat einen tollen Markt vor sich. Das sind so für mich so ein paar Namen, die nicht allgemein so wahnsinnig bekannt sind. Okay. Herr Leber, vielen, vielen Dank für Ihren Input. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Gerne. So, das war mein Gespräch mit Dr. Hendrik Leber. Da war wieder sehr, sehr viel Input mit dabei. Also ich glaube, da habt ihr jetzt einiges zu entdecken, einiges neu auf die Watchlist mit draufzunehmen, euch in einiges einzuarbeiten und insofern glaube ich, dass das hier ein sehr bereicherndes Video war. Für mich auf jeden Fall ein sehr bereicherndes Gespräch. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert in positiver Hinsicht, wie sich Dr. Leber in diese einzelnen Sektoren, in die einzelnen Aktienwerte eingräbt, um letztendlich auch die technologischen USPs herauszuschälen, zu entdecken und das ist ein sehr spannender Investmentansatz, wie ich finde. Natürlich auch mit Risiken behaftet, weil man dann natürlich auch in entsprechend frühen Unternehmensstadien oftmals ja schon investiert, aber wenn man das halt mit sehr geringem Kapitaleinsatz macht, dann besteht auf jeden Fall eine gute Chance, dass man entsprechend also auch die eine oder andere Perle hebt und dann auch sehr viel Wegstrecke noch mit nach oben mitnehmen kann. Und das ist ja gerade das Spannende, wenn man halt in solche Zukunftsfelder investiert und in Unternehmen, die also ja hoffentlich dann auch sich mit ihrer Technologie langfristig am Markt durchsetzen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, welche von den Unternehmen, die wir hier behandelt haben, habt ihr möglicherweise schon im Depot? Was nehmt ihr jetzt als Anregung mit? Einfach mal euch nochmal tiefer einzugraben, in ein bestimmtes Geschäftsmodell, in eine bestimmte Technologie, in einem bestimmten Sektor möglicherweise und welche Regionen, welche Märkte, welche Unternehmen kommen euch möglicherweise gar nicht ins Haus, gar nicht ins Depot? Das würde mich wirklich interessieren. Feuer frei in den Kommentaren. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was da kommt. Lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da, natürlich auch ein Abo, die Glocke aktivieren, Ehrensache, denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr und ihr unterstützt natürlich auch meinen Kanal und meine Arbeit. Jetzt würde ich sagen, keine weiteren Worte mehr von meiner Seite. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute. Euer Timo.